So, hey Leute! Willkommen zurück zu der nächsten Folge The Walking Dead. Und ja, wir sind jetzt hier auf dem Bauernhof mit dem elektrischen Zaun und ich bin mal gespannt, ob wir hierbleiben können. Und ich bin auch gespannt, wie lange der Zaun elektrisch bleibt. Naja, ich würde mal sagen, wir schauen uns ein bisschen um, reden mit den Leuten, so wie immer und dann mal schauen, was es hier gibt. Eine Schaukel. Eine Schaukelung. Schau mal, es ist broken. Ich glaube, Clementine und Duck würden etwas wie das zu spielen spielen. Die Kinder lieben das alte Schaukel sogar mehr als die Tour, manchmal. Ich glaube. Mind, wenn ich es fixe? Natürlich, das wäre toll. Mama sicher sehr empfiehlt euch alle helfen. Es sieht aus, dass es nur ein neues Board für die Seele und ein Rope braucht, um es sicher für Clem und Duck. Und lasst den St. Johns wissen, dass wir unsere Wettbewerb hier umsetzen können. Was sollten wir da filmen bekommen? Wir brauchen ein Brett und ein Seil. Mal schauen, was sie finden lässt. Reden wir mal mit Mark. Alles klar. Steckdose. Da ist ein Brett. Da ist ein Brett. Oui. Okay, er guckt Glattenzahn an und sagt, ui, spitz. Das ist jetzt zu groß. Aber wenn ich etwas finden kann, um es auf die Größe zu finden, dann könnte es ein gutes Seil für den Rope machen. Nimm mit. Nicht. Möchtest du, wenn ich eine dieser Bordern benutze? Du hast bereits ein paar Verbraucher, hm? Ich mag einen Mann, der ein paar Initiativen nimmt. Ja, geh direkt vor. Augenmaß. Läuft. Gerade. Super. Die schlägt sich in die Oden-Tasche. So, jetzt brauchen wir noch ein Seil. Ähm. Man, diese Finde ist fantastisch. Wir tun, was du willst, um sie zu unterstützen. Na, das Perimeter wird eine große Hilfe sein. Lass mich wissen, wann du bereit bist. Ich würde ganz gerne vorher die Schokkelzahne bauen. Nur wir brauchen noch ein Seil. Was ist das? Generator. Ihr seid mit Gas, gerade in der Zeit. Hey, äh, nicht mit dem, okay? Das Ding ist ein bisschen schrecklich und ich will nicht halb ein Tag wiederholen, um es wieder zu verarbeiten. Okay. Hi. Hi. Ich bin glücklich, dass ihr euch entschieden habt, um uns zu helfen. Ich habe nach dem Motel gesehen, dass die Leute ziemlich gut verabschiedet sind. Sie sind stockpilliert, oder? Ja, wenn ihr ein paar Leute mehr zu helfen, um die Dairy zu schützen, könnt ihr auf uns beteiligen. Ich hoffe, dass es nicht so kommt, aber danke. Wir sind nicht die ersten Leute, die du in den Deren geholfen hast. Nein, wir haben mit anderen Leuten geholfen gemacht. Für Gas und Essen. Aber im Endeffekt haben sie weitergezogen. Looking für die Leute, die sie in Kontakt verloren haben. Ein Elektronischer ist genug, um walkers zu halten? Walkers? Das ist das, was du nennen? Das ist gut. Der älter wäre nicht, aber Mac, er war unser Vor-Mann. Er hat herausgefunden, wie es mit den Generatoren aufzumachen. Wir sind hier einige Nachts und sehen, die Sons von B****** schlafen, wenn sie zu nahe sind. Ich denke, das ist die nahe Sache für die Unternehmung. Diese Generatoren sind genug, um das ganze Däriere zu erzeugen? Wir haben vieles. Wir müssen für die Menge, wie wir können. Aber sie arbeiten alle zusammen, um den Weg zu machen. Wie uns? Ich denke, wir haben einen anderen Platz für einen Moment. Okay, wir müssen den Perimeter beschweren, also nicht zu lange dauern. Ich frage mich, wie viel Essen sie da haben. Hoffentlich finden wir es. Ich werde dafür, dass wir die Vertreibung ja übernehmen. Ich meine, sie für mehr als sie. Irgendwie kommt mir, dass das noch ganz spanisch vor... nichts gegen Spanier, aber... Hm, frische Herben. Ich kannд Haha, als lieblich so lange warten... Dies, glaube ich... Das glaube ich. Der ist uns immer am Nacken, das gibt's gar nicht. Eine Kiste, ein Schuhheimer. Oh, ein Seil. Nehmen wir einfach mit. Mal sagen, wir gehen mal vorher rein. Ich hoffe, dass nichts passiert, weil ich würde schon gerne noch reparieren. Weil wir ganz gerne mit anderen Leuten mal reden. Guten Tag. Schöne. 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 Ich hoffe, dass er eine Hilfe hat, die er zu bekommen kann. Deine Familie hat einen tollen Job gemacht, um dieses Ort zu halten. Na, nicht wahr? Danke, Lee. Wir reden so zwischen Tier und Angel. Das ist das Mikro. Was mit dem Personal passiert ist? Was ist das? Oh, wir haben unsere Schöne von Tragegen hier. Wie alle anderen, ich bin sicher. Einige unserer Schöne haben sich zu finden, die ihre Familie zu finden, als sie die Nachrichten haben. Die wenige, die sich umgehalten haben, wir haben die meisten der ersten Nacht, die Leute hierhergebekommen. Es war eine sehr, 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 sehr. Wie viele Räume hat dieses Haus? Räume? Warum sagst du? Es sieht ordentliche gebaut. Schön für dich zu wissen. Mein Mann hat viel Arbeit in dieses alte Haus. Er hat ein fantastisches Job gemacht. Ich bin nicht sogar ein Haus zu Hause. Wenn der Essen bereit ist? Es wird noch ein paar Mal, aber es wird wert. Trust mir. Wie ist deine Familie schon seitdem? All meine Kinder sind meine Säge und Grace. Die beiden haben ihre Jobs und kamen nach Hause zu helfen, nachdem die Attacken angefangen hat. Ich denke, es war schwer für Andy. Dad war immer eher ein Momma. Aber nicht auf ihn, ich sagte. Ich weiß nicht, ob ich Paranoid bin, aber irgendwie... ... traue ich den Leuten nicht. Well, Lee, ich habe es sicher. Kein Problem. Ich weiß nicht, ob ich Paranoid bin, aber irgendwie... ... traue ich den Leuten nicht. Lass uns mal die Schocke reparieren. Okay. 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 Das ist nicht zu schwer. Ich werde das. Ich werde das. Mama wird glücklich sein, zu sehen, zu sehen, dass das kleine Schwung all fixiert. Hopefully, unsere Kinder mag es auch. Hast du etwas gesagt? Oh mein Gott. Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Ja. Hast du das gemacht? Du weißt, ich habe einen Schocken und ihre Brüder hier in diesem Schocken jeder Nacht, wenn sie Kinder waren. Sieht so lange schon. Ja, das ist so. Oh mein Gott, du hast die Schaukel repariert! So, ich wollte auch mal mit anpacken, weil so ein Seil und so ein Stück, äh, und so ein Holzbrett zu befestigen und dran zu hängen ist ja auch voll eine schwere Arbeit und so wichtig. Wow. Na, ich würde mal sagen, auf geht's, lass uns mal den Sound reparieren. Leute, hier haben wir noch einen Knall, ey. Warten wir los in der Welt hier. Hi. Hi. Auf geht's. Oh man, ob das gut geht. War ja bis jetzt immer Pause, Schreck, Pause, Schreck, Pause, Schreck. Also. Ich bin gespannt. Schreck, 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 Schreck. Ich kann nicht warten, bis jeder hier ist. Jeder, außer Larry. Er wäre nicht so ein Schmerz in der Kasse, wenn du ihm nicht sagst, dass wir immer hinter seinem Bein gesprochen haben. Ich bin, ich bin sorry. Okay? Lighter. Wir worken es irgendwie. Well, hopefully, er will calm down, once he's out here. Da steckt ein Pfeil drinne. Na, wach den nochmal auf. Da kann ich den Pfeil nochmal angucken und sagen. Ich Idiot. Na, wach den nochmal auf. Na, du sagst was. Na, du sagst was noch ein paar mehr. Ich trau den ganzen nicht. Und ich trau den Zombie nicht. Ja, wenn ich den jetzt anfasse, das springt doch bestimmt gleich auf. Na, auf was wetten wir? Na, du sagst. 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 Ja, du sagst. Ja, ihr schweißt! Na, du sagst. Na, du sagst. Aber das scheint nicht zu gehen. Ich sehe dich! Wir kennen dich nicht! Wir sind nicht von St. Johns! Ja? Wie kann ich denn jetzt den Betrachter verschieben? Gar nicht? Du hast nicht immer den Müll! Jetzt werden wir einen wegnehmen! Über da! Oh, das war knapp! Wie viele Falle haben die denn? Wir sind mal noch nicht! Die Handbremse! Nicht fliegen den Scherzüllen! Natürlich, man kann das alles hier! Komm schon! Wir können die Garten hochkommen! Wir können durch diesen Scherzüllen und zurück zum Haus! Ah! Es wird ein Scherzüllen! Ich mach bestimmt, dass der Zombie auf der gerade eben lag! Ich habe bereits einen von dir! Du Scheiße! Ich muss nur sagen, dass es nicht so einfach ist! Ich kann das alles machen! Der da vorne, wach bestimmt nicht auf! Wette ich drauf! Na! Und! Baaah! Kannst du ihn bitte töten? Ah, dann wach doch schon auf! Nein! Der wach bestimmt auf! Oder? 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 Wie viele von diesen Scherzüllen haben wir gebeten? Oh Gott! Die passt bloß auf auf dich auf! Ah, ich wusste es! Ich wusste es! Ich habe mich auch nur erschrocken! Aber ich wusste es! Also... Ich habe es gerade geraten! Weil ich das schon bis ich wusste! Ja, genau! In den Zaun! Der Zombie! Der Zombie! Guck! Der Zombie! Der Zombie! Nein! Nein! Warte! 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 Drück ihn! Drück ihn! Am besten alle ran! Was ein Held! Warte! Ja! Warte! was einhält.